Ich habe Folgendes festgestellt. Über Vertrauen kann man nicht oft genug reden. Vor allen Dingen nicht darüber, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Ich sehe so bei vielen Nachfolgern Jesu, dass das mit dem Vertrauen nicht immer so ganz leicht fällt. Dass Vertrauen immer wieder irgendwie mit Herausforderungen verbunden ist. Und ich selbst nehme mich da auch nicht raus. Ich merke selber auch, wie ich immer wieder auch um Vertrauen kämpfen muss. Wenn es schwierig wird im Leben, und das tut es ja bekanntermaßen relativ häufig, dann geht immer wieder dieser Kampf ums Vertrauen los. Wir merken, Vertrauen fällt uns nicht in den Schoß. Und ich denke, dass doch eigentlich aber unser Glaube an Gott geprägt sein sollte von Zuversicht, von einer zuversichtlichen Einstellung, die einem tiefen Vertrauen Gott gegenüber entspringt. Leben im Glauben bedeutet doch eigentlich nichts anderes, als im Vertrauen auf Gott zu leben. Und das bedeutet, dass wir davon überzeugt sind, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und der das Beste für uns und unser Leben möchte. Und dann frage ich mich, und das fragen auch andere sich, wie kann man es schaffen, dass es einem leichter fällt, Gott zu vertrauen? Wie kann das gehen? Wir merken, dass wir in unserem Leben nicht alles verstehen, dass es viele Fragen gibt, die wir nicht beantworten können und dass Dinge passieren, die in unseren Augen so überhaupt gar keinen Sinn machen. Und wir erleben schwierige Situationen, die uns überfordern. Und dann stehen wir manchmal an Punkten, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und dann passiert es vielleicht immer wieder auch aufs Neue, dass es uns schwerfällt, Gott zu vertrauen. Thomas Herry hat gesagt, nichts in unserem Glauben ist so umkämpft und wird so häufig in Frage gestellt wie unser Vertrauen. Jemand hat mal einen, wie ich finde, passenden Vergleich gemacht. Er hat gesagt, Vertrauen ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Vielleicht kennt ihr das mit dem Abbau von Muskeln, wenn man zum Beispiel krank ist und eine Weile im Bett liegen muss, dass man danach merkt, dass manche Dinge, die vorher ganz einfach waren, plötzlich nicht mehr so einfach sind. Ein Forscher in Dänemark zum Beispiel mal, einer Gruppe von Männern, jeweils für 14 Tage ein Bein lahmgelegt. Und nach diesen 14 Tagen war ein deutlicher Muskelabbau zu sehen. Sie haben ungefähr ein Drittel an Kraft verloren. Aber es dauerte länger als sechs Wochen, bis die Kraft wieder da war wie zuvor. Und ich glaube, dass das mit dem Vertrauen auch so ist, dass wenn wir es lahmlegen, wenn wir es nicht trainieren, dass es dann schlapp wird, erschlafft. Und dass wir eine Zeit brauchen, um es zu trainieren. Vertrauen muss trainiert werden. Wir müssen in Sachen Vertrauen in Bewegung bleiben. Und so ist jede Situation in deinem Alltag, die dich herausfordert, eigentlich ein Übungsfeld. Und dann haben wir jeden Tag kleine Möglichkeiten und auch im Leben immer wieder große Möglichkeiten, unser Vertrauen auf Gott zu trainieren. Da sind scheinbar unzählig viele Aufgaben vor dir und du weißt nicht, wie du das alles schaffen kannst. Dann ist das eine Gelegenheit, deinen Vertrauensmuskel zu trainieren. Dass du Gott vertraust, dass er dir die Kraft gibt und dass er dir durch diese Zeit hilft. Oder du weißt nicht, wie du eine Rechnung bezahlen sollst. Dann ist es eine Gelegenheit, dass du dein Vertrauen trainierst, indem du darauf vertraust, dass Gott dir helfen wird. Dir steht ein schwieriges Gespräch bevor. Du kannst deinen Vertrauensmuskel trainieren. Du machst dir Sorgen um dein bubertierendes Kind. Auch das ist ein Übungsfeld. Was auch immer es ist, du selbst triffst die Entscheidung, wie du damit umgehst. Du kannst dich entscheiden dafür, dass du dir Sorgen machst, dass du nachts in deinem Bett liegst, dich pausenlos hin und her wälzt, dass du dir Gedanken machst. Oder du triffst die Entscheidung, ich vertraue Gott. Und im Vertrauen auf Gott kannst du sagen, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber du, Gott, du weißt es. Und diese Entscheidung für Vertrauen hat in meinen Augen auch immer etwas mit Loslassen zu tun. Ich lasse los von all meinen Bemühungen, ein Problem zu lösen. Ich lasse los von den unnötigen Sorgen, die man sich macht und die einen doch irgendwie überhaupt gar nicht nach vorne bringen. Ich lasse los, vielleicht von meiner leisen inneren Überzeugung oder dem Gedanken, na, vielleicht hat Gott das doch nicht so ganz im Griff. Ich lasse los und in dem Moment öffne ich meine Hand und kann sie Gott hinhalten und sagen, ich vertraue dir. In welcher Situation du auch gerade stehst, was auch immer es ist, was dein Vertrauen fordert, nimm es als ein Übungsfeld. Trainiere deinen Vertrauensmuskel und ich bin sicher, er wird wachsen und dann wirst du irgendwann mehr als diese schlappen zwei Kilo heben können. Dein Vertrauen wird stark werden und dich auch durch die schwierigen Zeiten deines Lebens tragen. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir, dass Gott dich segnet.